Es ist Naruto 286 herzlich willkommen zu Dragon Ball Z Kakarot zu Part 142 jetzt geht es da weiter so ha 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 e e なるほど Ich verstehe! so des netz das boh Und dann werde ich nachher noch ein bisschen Trunks hochjagen. Wow, der kann flitzen jetzt. Wow, der kann flitzen. So, gut, so gut. Wow, der kann flitzen. Wow, das ist ja so gut. Ach das war's schon cool damit es ist erledigt so damit haben wir alles die ganzen Aufträge sind erledigt jawoll zurück in die Gegenwart so das war's wir haben jetzt alle Aufgaben erledigt das kann man auch sehen ob das alle also neben Mission erledigt sind kann man auch sehen gleich weil oben schlecht in der da drauf geht im Balken wieviel man braucht von den Nebenmissionen und wieviel es gibt und da dann auch danach auch dann schon ob sie endlich sind alle ja stimmt hier haben wir es auch schon guck hier Nebenstory abgeschlossen 85 von 85 das heißt wir haben alle Nebenmissionen alle erledigt das war's perfekt so ah wir sind gleich hier das passt genau warte ich hab in meiner Gruppe warte trunks drin wie geht da so ja mehr hat er ja nicht dadurch stimmt alles so guck gerade hier noch bei dem wo war das eigentlich mit dem Super Saiyan verwandelt dreifachen verwandeln da automatisch in den dreifachen zu umsteigen wo ist das schaul da hat doch irgendwas gesagt da gibt's ja noch irgendwas was war ähh man hat sich automatisch in den dreifachen verwandeln kann dass man das einstellen kann bei dem Kampf dann Hm. Hm-mm. Was ist das? Okay. bei vegeta das werde ich auch ändern in den super final flash gohan hmm ja 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 gut dann machen wir das jetzt so machen wir das andere auch gleich warte da gehe ich jetzt erstmal kurz schnell ich gehe jetzt zum kamihaus das ist so eine ganz einfache sache warum es dort hingeht ich werde gleich sehen warum weil ich da jetzt richtig mit trunks loslegen werde weil ich jetzt erst mal ein bisschen mit trunks loslegen werde ich weiß mit ihm habe ich nur noch dinge aber dann gehen wir kurz hier hin oh er ist er schon keine bildung aber egal warte ich guck mal ob er was braucht er hat auch alles hier frei drunks genau den mache ich jetzt mit trunks ja jetzt habe ich keine unterstützung daran er leckt mich doch nach d spaß der neos schimmer schwert attacke angst ist drin ok aber ich weiß nicht warum ich keine Gruppe K4 drin habe bestätigen dann jetzt würde ich hier jetzt mal ein bisschen mit Gohan hierzu schade ok ich schlicht den trunks später nochmal ganz neu ich werde den trunks später nochmal ganz neu einrichten wenn ich das habe ich werde den sperren noch mal ganz neu einrichten den trunks habe auch kommen schon mal so was mache ich dafür was ich brauche noch Jetzt vielleicht bei Trunks erstmal hier viel freischalten und dann haben wir es. Oh, gleich alle auf einmal. Das kann man noch nicht freimachen. Okay, das ist perfekt. Das lassen wir jetzt weiter. Dann werde ich schon mal den... Ich habe das so, aber ich werde es trotzdem wieder machen. Gruppe. So. Mal gucken, was hier schon ist. Hier auch noch nichts, okay. Mal gucken. Haben wir irgendwie einen Fortschritt wieder gemacht? Oh ja. Noch mal 5 D-Mitall hin dazu bekommen. Perfekt. 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 Sors. Au revoir. Sors. Sors. Oh. Irgendjahr. Ich meine Freunde. Ich hatte mich going. Jetzt. jetzt wort er trotzdem noch bezogen und die Ex-Person hat den roten ich finde es cool wie das Ding von der Wüste hat er doch so war viel Spaß da gut dann bin ich jetzt hier im Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder